Hallo meine Lieben, wir spielen Skimming Through the Zombie Apokalypse The Beginning, ein Ratalaika Spiel und wir starten ein neues Game. Ja, Bier ist eine gute Idee. Ich füge ihre Beißen aneinander. Ah, dann muss ich mich jetzt entscheiden! Na, ich frage jetzt mal, ist das wahr oder? Wie entscheide ich das? Also links ist rechts und rechts... Achso, warte mal! Vielleicht ist das Graue das, was wir aussuchen. Also ist das wahr? Ja, das Graue ist, was wir aussuchen. Wow, wollte ich auch grad sagen! Was ist das denn? Salesman auf der hier? Du hast doch etwas Koks mitgebracht und geil! Die machen jetzt eine Party! Okay. Okay. Ahaha! Okay, also sie schauen sich jetzt Videos... Alle Videos über Zombie Apokalypse an? Als Vorbereitung? Nicht zu spät! Schauen auf die Dead war doch ein geiler Film! Aus den Powers hat nichts damit zu tun! Ja, Schauen auf die Dead ist mein Favorite! Der war lustig! Mist! Ja, ist ja gar keiner da zum reparieren! Cabbage ist doch nochmal Kohl! Vier Monate später! Oh! Kostet übrigens 1,49! Hab ich vergessen zu sagen! Also auf den nächsten Sales warten! Another Runner? Das Pferd! Hm. Wie auch immer! Er wird es schaffen, sonst brauch ich ja nicht wetten! Das Pferd schafft das! Komm Hossi! Komm Hossi! Nein, nein, nein! Nein! Shit! Yes! Also sie haben nicht mehr Mecklob ab hier! Und sie haben nicht mehr Mecklob ab hier! Ah das ist ein Haase! I don't hop anymore I was just checking the binoculars zoom capacity Yeah, each time you're in the van Alright, whatever, let's just do this stupid thing Auf X Paarungsmaschine Ah, das Auto Alright, alright I'm getting a bit uneasy here Look at all this blood Does it look safe to go in? Soweit ich das beurteilen kann, ne? Würdest du einfach reingehen? Ah, willst du, dass ich durch die Wände schaue? Oh Nimm das Fenster Ja, dann nimm das Fenster Oh Ups daneben Oh Ich hab's geschafft Okay, okay I'm very impressed Ja, ich auch Looky, looky Ja, nimm die Zigaretten Ja, nimm die Zigaretten Ups So, wir haben jetzt drei Oh! Wird ne Trophäe First Loot Well, I guess that's it That's it Wait, there's another door Sniff it out Oh, dude I don't know Can you see if it's clear? Ich kann nicht wirklich in einen anderen Raum sehen Ich meine, bei großer Hilfe bin ich ihm nicht, aber wurscht Bett In Ordnung, geh einfach rein Ja, so ist das halt manchmal No risk, no fun No risk, no fun No risk, no fun No risk, no fun Ist deine Sauer, fragen wir Hier? Hallo, hallo Ring, ring Are you there? Das wollte ich auch vorschlagen Mach auf das Fenster Sei kein weicher Ich sehe sonst nichts Ich sehe sonst nichts Oh oh Er ist ruhig Ja, ja Ups Was machst du da? Was machst du da? Ja, nimm's einfach weg Okay, okay I'm removing it Oh oh Nix Ha Ein bisschen weich in der Hirne Weich in der Hirne Weich in der Birne Touched in der Head Das muss ich immer merken Was haben wir da? Chips Tüte Was ist das? Schokoriegel? Chips Tüte Chips Tüte Schokoriegel Schokoriegel Ich nehme einfach mal alles mit, ne? Ja, jetzt machen wir Lockpick Was heißt das? Jetzt kommt ein Zornbier raus, oder? Na komm, geh auf Na komm Oh 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 Wie will du hin jetzt warnen? Das wird dir nicht gefallen Ein Bird-Zombie Ein Bird-Zombie Na komm, mit den Pfeifen zum Schädel Mit den Pfeifen mit dem Rohr Ja, das ist alles dein Schuld Du und dein stöpidem Essen Okay, ich will dir was Was? Was? Häume Wer häume denn drauf? Häume? 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 Warum nicht? Heimdraaf Warum nicht? Er ist gar kein Zombie Er ist gar kein Zombie So, ganz kurz, ich muss meine Notifications ausmachen. Sorry für die Unterbrechung. Ich weiß nicht mal, warum sie an sind. So, Spiel fortsetzen. Ich bin der Guide. Na, wegen den roten Dingern. Wer macht solche Geräusche? Okay. Scavenging? Warum verratet er ihm das alles? Nein, ich bin für 66, 33, weil wir sind drei Leute. Ein Drittel. Ja, wir sind drei Leute. Du brauchst nicht so viel. Ob du zu einem Zombie wirst, ohne gebissen zu werden? Na, wie wertet er mitkommst? Wie hat er das gemacht? Was für ein Idiot! Okay, jetzt sagt er, er hat geschummelt. Okay, wir können uns was aussuchen. Was haben wir denn da? Das ist Limonade, Limonadendose, Wodka, Likör. Wir nehmen einen Wodka. Wir nehmen einen Likör. Wir nehmen einen Cola. Noch einen Cola. Eine Limonade. Noch eine Limonade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eigentlich nehme ich jetzt noch einen Cola. Die Flasche ist mehr wert als die Dose. Der Wodka ist noch mehr wert. Mein Anteil? 60 minus 25? Was muss ich jetzt machen? Ich muss das ausloten, das 50-50 ist oder was? Dann muss ich ihm meine Wodkaflasche auf jeden Fall einmal zurückgeben. Ich verstehe gerade nicht, was ich machen muss. Das sind 15, 17, 20. Und ich habe... Der hat 18 Punkte, der hat 15 Punkte. Ich verstehe nicht, Wert, das. 29, Wert 6. Also jetzt hat er drüben praktisch 18 und 15 sind 33. Und da hat er jetzt noch 3, 5, 8. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, mache ich Wodka und Likör nehmen oder viele Safteln? Und ich nehme jetzt Wodka und Likör? Oh, oh. Das ist keine gute Sache. Schau, das sind zwei riesige Viecher. Aha, die kennen den. Oh ja, warum nennt sie ihn so? Heißt du überhaupt Karl? Ah, das ist ein Hund! Ah, das ist ein Hund. Ah, das ist nicht sicher. Oh, komm mal, Mann. Ich brauche das alles. Du hast ihn, als dein guter Freund Karl hier? Du musst ihn weniger als dein guter Freund Karl hier? So, bist du einfach von ihm hergebekommen? Nein, das ist nicht so. Es ist einfach... Lari, lass mich hin45ern. Was denn? Hallo? Hallo? Wir hatten einen Deal? Wir hatten einen Deal. Wir hatten einen Deal... ...wann das Problem ist... Ich bin das. Fuck die Bohne. Der Papa geht überdreht. Ja, lauf einfach. Das ist eine gute Idee. Das ist ein Wocky-Tocky, das ist kaputt. So. Nein, wir machen das. Do it, do it. He can do it. Watch him do it. Boom. Tja. Habe ich nicht gerade gesagt, er soll davonlaufen? Boom. Nehmt 50%. 40%, 30%. 30%. Wir haben nur drei Teile genommen. Mann. Okay, Mann. No beef between us? Oh, Mann. I know he did not just see it. Uh, I didn't realize that I was, uh, you know, never mind. Heh, heh, heh. Yeah, you get what I'm trying to say. You just turned your friend here a hell of a beating, funny guy. Pardon me. Just a second. That's his neces자. Me, come on. Shut up, he, from the school. It's a deep, dark, kind of good. Get, 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 get. Psst, 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 psst. Mm, no one. It's called us beef burgers, Mann. Der Tastatur von Bobbein, hm? Jetzt muss ich ihm was geben. Da gib's ihn dann einfach. Die wollen 15. Warte, das hat 1 Punkt? Das hat 6 Punkte, aber das hat... Warte. Zigaretten-Schachtel, Zigaretten-Packung. Chips-Titel 2, 4, 12. Wieso hat der Likör nur 12 Punkte? Gebe ich ihm den Likör und eine Schachtel. Wieso ist bei denen das ganze Zeug weniger wert? Und immer Chips. Ich habe schon vergessen, wie der Hank ausschaut. Ich habe den Lille Augen. Buh! Buh! Was ist das? Fuck die Bohne! Scheiße! Was zum Teufel wollt ihr hier? Ich habe deine Mutter gestern Abend mit Seife gewaschen. Ich habe deine Mutter. Zack! Ich habe deine Mutter. in der Küche. Aber es gibt doch eh kein Gas. Da liegt Geld am Boden, oder? Schau dir das an. Das liegt noch mehr Geld. Das liegt noch mehr Geld. Wandelte Beefburger. Esel? Esel. Esel. Oh! Cold Adventure. Esel. Esel. Esel? Esel. 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 Ah, wir sind jetzt die Läufer. Ja, erledigt. Ein Ratenzombie? Zwei? Keine Augenkontakt herstellen. Die Karte der Bullen? Okay, wir wollen jetzt bei denen anklopfen. Ein Meerschwändchen? Wo? Frühstück. Wir sind Frühstück. Gegen Medikamente wird die uns stark und motiviert machen, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, weil ich es kann? Er will jetzt das Meerschwändchen überzeugen. Wie kommst du mit dieser Apokalypse zurecht, frage ich jetzt einmal. Einen wichtigen Ort zum Blündern? Ja. Ja. Ja, der hat so einen Haken. Wir sind zu zweit, also würde ich sagen 50%? Ja, wir sind zwei. Ja. Ja. Okay, listen. How about if we keep... 40? 40% of the loot. No, I'm sorry. Well, it was nice meeting you, but I really think I should be going now. Okay, okay. This is our final offer. We keep only... 30%. Es wird immer weniger. Uh oh. 90% ist zu viel. Okay, okay. We'll do it your way. You keep 90%. But only because we like you. Alright, why not? Making new friendships is very important these days. Totally. And this should be fun. I've never thought of scavenging on a team this way. This is the only safe way to scavenging nowadays. Oh, but wait. Have you ever done this kind of thing before? Ja, haben wir gerade gemacht. We've been doing this. Was interessant ist, ist, wenn mein Job ist, Proviant einzusammeln, und das glaube ich, dass das mein Job ist, dann bin ich nicht gut drin. Aber wir sagen jetzt mal, wir haben schon vor der Apokalypse damit begonnen. Nein, wir sagen fast eine Woche lang. Weil sonst heißt es, wir sind Betrüger, ne? Als Versuchskaninchen hat er gesagt. Nur halt Guinea-Pig. Dann hast du die drüber. Gut, wir sind zu dritt. Oh, dear. First Prospect. So, ich habe einen Rat. Ich habe den Rat eines Idioten befolgt, bin bloß gegen eine Tür gelaufen, Kneipenschlägerei. Ich habe den Rat eines Idioten befolgt. Na, er. Ein dummer Verkäufer. Nur ein dummer Verkäufer. Der kann ja nichts drauf sagen. Schau, wie er böse schaut. Ja. Und ich würde sagen, also ich kann jetzt noch gar nichts machen, weil ich muss jetzt erst was aussuchen. Das Spiel hat ja nicht gespeichert. Also wir sind Grundversorgung, Drogeriemarkt, Bushaltestellenlager. Ich bin eigentlich für den Drogeriemarkt, würde ich sagen. Und das Spiel speichert. Somit sage ich mal, das ist der Anfang von, wie heißt es, Skimming through the Zombie Apocalypse, The Beginning. Ich finde das Spiel wirklich gut. Ich kann es empfehlen, vor allem für 1,49, egal ob Euro oder Dollar. Es ist geschenkt. Und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß bei dem Spiel. Lasst ein Like da, abonniert mich. Und ja, passt auf euch auf und ciao.